Das warme Frühsommerwetter geht wieder zu Ende. So wird es zum Wochenende hin deutlich kühler und im Süden kommt es erstmals seit längerer Zeit wieder zu nennenswerten Regenfällen. Bis Samstagmorgen sind dort verbreitet 15 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten. Anfangs können auch Blitz und Donner dabei sein, am Samstag mischen sich dann in den Alpen bis in tiefere Lagen sogar Schneeflocken unter. In den anderen Landesteilen kommt aber rasch wieder die Sonne zum Vorschein, nur nach Osten hin bilden sich noch einzelne Schauer. Ursache für die Wetterumstellung ist ein neues Hoch, das in den nächsten Tagen über den britischen Inseln vor Anker geht. Zwischen ihm und tiefem Luftdruck über Osteuropa strömt von Norden her kalte Luft zu uns. In ihr erreichen die Höchstwerte am Samstag meist nur noch kühle 9 bis 13 Grad. Nach Westen hin reicht es dank der intensiven Aprilsonne für 14 bis 17 Grad. Am Sonntag setzt sich dann wieder fast überall die Sonne durch und die Luft kann sich auf 12 bis 19 Grad erwärmen. Für die kommende Woche deutet sich dann zumeist sonniges, aber weiterhin nur mäßig warmes Wetter an. Nachts gibt es anfangs örtlich sogar noch Frost.